In welcher Reihenfolge initialisieren sich Nodes einer Szene? Wie ist der Scene Tree einer Anwendung in Godot aufgebaut? Und wie unterscheiden sich eigentlich die Szenen im Editor und zur Laufzeit? Was sind Parent- und Child-Nodes? Und welche Infos bietet uns C-Sharp über diese? Und wie können wir dynamischen Nodes oder auch Packed-Scenes erzeugen, sie in die Szene einfügen und auch wieder löschen? Diesen vier Fragen gehen wir heute in C-Sharp.net und Godot 4 auf den Grund. Mein Name ist Lars und das ist der Godot Engine 4 Guide für C-Sharp und .net, eine anfängerfreundliche Tutorial-Serie, in der ich dir mit jeder Folge einen Themenblock der Engine näher bringen möchte. Und heute Scene Tree und Nodes. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das heutige Video und die Serie gefallen sollten. Abonnier diesen Kanal und aktiviere liebe Nachrichtungen, um keinen Upload zu verpassen. Schreibe Fragen, Feedback, Anregungen, Wunschthemen zur Serie oder auch ergänzende Infos in die Kommentare. Und falls du mich und diese Serie auch noch finanziell supporten und belohnen möchtest, dann empfehle ich eine Kanal-Mitgliedschaft oder eine der Möglichkeiten in der Videobeschreibung. Dankeschön im Voraus und jetzt viel Spaß beim Lernen in der heutigen Folge. Wir legen los. Und wir starten auch direkt, indem wir die Godot Engine starten und direkt oben rechts über den Button New Project ein neues Projekt anlegen. Hier wählen wir bei Browse den Basisfad für unser Projekt aus und das ist hier unten unser Tutorial-Ordner. Den wählen wir aus und dann brauchen wir noch hier oben einen Namen für das Projekt. Hier wählen wir 03 Scene Tree and Nodes und dann wählen wir Create Folder. Jetzt haben wir einen Projekt-Ordner angelegt und wir können hier unten direkt auf Create und Edit draufdrücken. Wenn sich die Engine öffnet, starten wir auch direkt mit der Erstellung von vier Ordnern im Projekt. Hier unten im File System auf den Ordner Res rechtsklicken, Create New und Folder auswählen. Zuerst nennen wir den ersten Ordner mal Scripts, dann einen zweiten, den machen wir auch wieder mit dem Folder hier und nennen den Resources. Dann einen dritten, den nennen wir hier bei Packed-Scenes und Nummer 4 hier unten, das wird eben unser letzter, den nennen wir Scenes. Jetzt können wir hier oben in dem Szenenbereich eine neue Szene erstellen und zwar über die Other Node. Die klicken wir an, scrollen hier nach oben und wählen die ganz normale Node hier aus. Die Basisklasse aller Nodes und da wählen wir Create. Jetzt können wir auch schon direkt hingehen und STRG-S oder eben hier oben rechtsklick drücken, um die Szene zu speichern. Das machen wir wiederum hier im Scenes-Ordner und nennen die hierbei Game-Scene-TSCN, Speichern. Und schon haben wir unsere Szene erstellt. Damit wir den Aufbau von Szenen verstehen lernen, werden wir zuerst ein eigenes C-Sharp-Skript erstellen. Auf den Ordner Scripts hier unten können wir rechtsklicken, wir wählen Create New und wählen hier unten Script aus. Jetzt können wir hier oben bei Language auf C-Sharp umstellen, dank der .NET-Version von Godot Engine. Und wir bleiben bei der Ableitung der Klasse Node, da ändern wir nichts dran. Und gehen hier unten hin und nennen dieses Script entsprechend unseres Klassennamens. Hier können wir also in dem Falle Scene-Tree-Node.cs als Dateinamen nehmen und wir wählen Create und schon haben wir hier unten unsere Datei liegen. Es gilt natürlich wie immer, wenn wir eine C-Sharp-Datei anlegen, wird eine Solution und entsprechend eine CS-Project-Datei angelegt und die wollen wir mal öffnen. Rechtsklick und Open in External Program. Und schon wird das Ganze hierbei gestartet. Rider erkennt, da ist eine Solution-Datei, also ein Projekt, das wollen wir öffnen und dann geht auch schon die IDE direkt auf und hier kommen wir zu unserem Projekt mit Code. Jetzt werden wir diese C-Sharp-Datei stückweise mit Inhalt füllen in mehreren Schritten. Beginnen wir mit Schritt 1. Die Klasse muss im Node-Katalog sichtbar werden. Dazu brauchen wir hier oben so wie immer das Global Class Attribute in Zelle 3 eben vor der Klasse, Global Class in eckigen Klammern und wir können speichern. Jetzt gehen wir zurück in Godot, machen hier einmal Alt und B fürs Neubauen des Projekts und wir können dann unsere Node hier oben ändern. Rechtsklick und wir wählen jetzt hier Change Type, um den Typen einer Node zu ändern und wir können jetzt hier unten unsere Scene-Tree-Node wählen. Also auswählen, wir gehen drauf und finden hier heraus, wir haben unsere Scene-Tree-Node direkt hinzugefügt. Das können wir jetzt auch direkt wieder speichern. Schritt 2 ist jetzt die Erstellung einer Hierarchie bestehend aus Nodes oder anders gesagt die Szene mit Nodes füllen. Was wir jetzt mal machen werden, die Szene mit STRG-C für Kopieren und STRG-V für Einfügen aufbauen. Wir wählen unsere Node aus, drücken STRG-C für Kopieren und STRG-V für Einfügen. Dann kommt hier eine Meldung, can't paste Root-Node into the same Scene. Okay, dann eben mal STRG-D. The operation can't be done on the Tree-Root. Hm, wir können also nicht kopieren und einfügen. Was ist, wenn wir sagen, wir markieren die mal nicht und drücken jetzt STRG-V? Klappt auch nicht. Das heißt, wir haben keine Berechtigung, also hier oben die Root-Node zu kopieren und einzufügen. Wir können aber hingehören und sagen, Rechtsklick, Add Child-Node und wählen einmalig eine Scene-Tree-Node aus. Das ist dann unsere neue Node hier. Die können wir jetzt mit STRG-C kopieren und mit STRG-V einfügen. Und ihr seht, die neue Node gliedert sich sofort unter der zuvor markierten ein. Das heißt, wenn ich jetzt die hier nochmal auswähle und erneut STRG-V drücke, haben wir unter dieser hier schon zwei Nodes drunter. Gehen wir hier oben hin auf die Basis-Node der Scene und machen STRG-V, haben wir jetzt auf der zweiten Einrückungsebene hierbei zwei Node. Machen wir unter der unteren STRG-V und das Ganze nochmal und nochmal, haben wir jetzt hier unten drei unter der zweiten Node und hier oben haben wir zwei unter der ersten Node. Und diese beiden hier, die wir mit STRG- und Linksklick zusammen markieren können, haben wir hier oben unter der Root-Node. Diese Hierarchie werden wir jetzt mal schlau benennen. Und zwar soll die erste Node hier oben mal mit F2 umbenannt werden zu A. Damit Enter bestätigen. Wir gehen nach unten, drücken wieder F2 und nennen die hier mal B. Dann gehen wir auf die andere hier auf der gleichen Ebene und nennen die mal eben C. Dann unterhalb von B finden wir die Node D und auch E und darunter F, G und H. Da haben wir schon mal eine Hierarchie von Nodes und die können wir auch mal speichern. Diese Node-Hierarchie hier finden wir wie immer in unserer Packed Scene, also in drei Scene Tree & Nodes im Ordner Scenes und hier in der Game Scene TSCN finden wir jetzt eben diese hier. Das ist die Beschreibung unserer Nodes für das, was wir hier links aufgebaut haben. Also zweimal B als Parent für eben D und E. Wir haben hier unten dreimal C als Parent eben für F, G und H. Und wir haben zweimal auch eben die Root-Node, also mit dem Punkt markiert hier als Parent für eben B und für C. Das ist der Aufbau dieser Node basierend mit einem Skript hier oben, der Scene Tree Node CS, was hier als Skript eben reingeladen wurde. Mit den Infos aus der TSCN kommen wir zu Schritt 3, das Verstehen lernen von Parent und Child. Ein Parent, wie eben schon in der TSCN gesehen, ist eine Node, die einer anderen übergeordnet ist. Also in dem Falle hier C ist F übergeordnet, A wiederum ist C übergeordnet, also ist A das Parent von C und C ist das Parent von F. Umgekehrt, ein Child, ein Kind, ist eine Node, die einer anderen untergeordnet ist. Also können wir sagen, F ist das Child von C und C wiederum ist das Child von A. Es gibt auch noch den Begriff Children und das sagt in dem Falle, alle Nodes, die einer bestimmten untergeordnet sind, sind dessen Kinder. Also die Nodes F, G und H sind die Kinder, die Children von C. B und C wiederum sind die Children von A und das beschreibt ganz simpel den Aufbau. Es gibt den Begriff Parent, Child und Children. Das Ganze könnt ihr an beliebigen Hierarchien als Fingerübungen machen. Das Ganze könnt ihr sehr gerne als Fingerübungen machen, wir werden aber direkt weitergehen und zwar zu Schritt 4. Die Initialisierungsreihenfolge einer Szene ist uns noch unbekannt und das wollen wir ändern. Wir haben jetzt ja hier diesen Baum von Nodes aufgebaut und jetzt ist die große Frage, wenn wir das hier alles ja laden und das auch hier unten unsere Main Scene wird durch einen Rechtsklick und dann Set as Main Scene, wer wird dann beim Starten der Anwendung zuerst initialisiert und wer als letztes. Das können wir mit ein bisschen C-Sharp-Code herausfinden. Und zwar, wenn wir hier unten in Rider hineingehen, finden wir hier die Unterstrich Ready Methode. Die ist das gleiche wie in Unity die Awake Methode eben. Sie wird aufgerufen, wenn die Node das erste Mal in den Szenenbaum geladen wird. Also eben für die Initialisierung. Ich würde sagen von, ich bin bereit, ich kann Logik ausführen. Und hier drin machen wir jetzt eine kleine Sache. Und zwar sagen wir gd.print und dann einfach hier Name, den Namen der Node ausgeben lassen. Wir machen Speichern, gehen zurück in Godot, machen hier einmal Alt-B für das Neubau des Projektes und des Codes und jetzt die große Quizfrage. Wenn wir die Anwendung starten, kriegen wir hier unten Output. Aber welche Node wird hier unten zuerst aufgelistet? A, B, C, D, E, F, G oder H? Was ist eure Vermutung hierzu? Schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr auf eure Entscheidung kommt. Die Lösung finden wir jetzt heraus. Wir drücken auf Play oder anders gesagt F5 drücken und stellen fest, es kommt zuerst D, dann E, dann B, F, G, H, C, A. Das ist die Reihenfolge des Aufrufs. Also erst D und E, dann kommt B, dann kommen F, G und H, dann C und zum Schluss oben A. Die Erklärung zu dieser Reihenfolge finden wir sowohl in der Dokumentation vom C-Sharp-Code als auch in der normalen Godot-Engine-Dokumentation. Und wir gucken uns das Ganze mal eben über Rider an. Und zwar hier beim Hovern über Ready finden wir heraus, das wird aufgerufen, wenn die Node bereit ist. Zum Beispiel, wenn sowohl die Node und auch ihre Kinder die Szene betreten haben. Wenn die Node Kinder hat, dann wird deren Ready zuerst aufgerufen und dann wird der Parent-Node Bescheid gegeben. Das heißt also in dem Falle, um A zu initialisieren, müssen B und C initialisiert werden. Jetzt gehen wir zuerst B dran und dann C. Damit B wiederum initialisiert und bereit gemacht werden kann, brauchen wir D und E. Demzufolge muss zuerst D, dann E aufgerufen werden, dann können wir B aufrufen und bereit machen. Dann gehen wir zu C hier hinunter und merken, wir brauchen F, G und H. Wenn diese drei hier unten fertig sind, dann machen wir C bereit. Und wenn diese beiden, B und C, bereit sind, dann gehen wir nach oben hin zu A. Und A ist zum Schluss der letzte, der aufgerufen wird, siehe hier unten die Ausgabe. Und das ist die Erklärung hierfür. Mit diesem Grundverständnis von Parent und Child und der Initialisierungsreihenfolge können wir noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar gehen wir jetzt zu Schritt 5, der Gewinnung von Parent und Child-Informationen im C-Sharp-Code und dem Kennenlernen von Wurzel, Zweigen und Plattnodes. Für dieses Thema werden wir uns etwas in C-Sharp zusammenbauen. Zuerst müssen wir hier unter der geschweiften Klammer ein bisschen Platz machen, denn wir brauchen hier ein Enum. Hier schreiben wir also hin, Public Enum und wählen Notetype. Dann zwei geschweifte Klammern darunter und jetzt können wir das Enum mit Werten füllen. Wir beginnen hierbei zu sagen, der erste Eintrag wird Root, der zweite soll Branche heißen und der dritte wiederum soll Leaf heißen. Mit Werten ausgeschrieben, Root ist gleich 0, Branche ist gleich 1, Leaf ist gleich 2. Und für euch noch hier hinter die deutschen Begriffe extra. Wir haben einmal hier unsere Wurzel, wir haben hier unten drunter unseren Zweig und hier haben wir unser Platt. Dann müssen wir eine Variable diesen Typs exportieren. Wir nutzen das Export-Attribut und sagen darunter Public Notetype Notetype. Ihr merkt, C-Sharp meckert direkt, weil der Variable-Name genauso heißt wie der Type hier oben. Demzufolge müssen wir uns hier was anderes überlegen und zwar zum Beispiel einfach nur den Namen Type als Variable-Name. Das können wir jetzt direkt mit Steuerung S einmal speichern und zurück hier in der Godot-Engine mit Alt-B reloaden. Jetzt sehen wir schon auf der rechten Seite hier im Inspektor taucht eben diese Variable Type auf mit eben Root, Branche und Leaf. Aber wir müssen noch mehr machen. Ebenfalls im C-Sharp-Code brauchen wir Informationen über das Parent und das Child, denn wir wollen die Node selbst bestimmen lassen, was von diesen dreien sie genau ist. Dazu exportieren wir zwei weitere Felder hier unten, nämlich einmal mit Export-Attribut eben ein Public, Bull, Has, Parent und noch ein weiteres Export, Public, Bull, Has, Children. Basierend auf den Informationen, ob wir ein Eltern-Element oder eben Kinder-Elemente drunter haben, wollen wir unseren Typen bestimmen. Und das machen wir hier unten in Ready. Hier machen wir mit einem Kommentar slash slash also erstens getParentInformation. Um die Eltern-Information zu bekommen, brauchen wir eine Methode, nämlich getParent können wir aufrufen. GetParent liefert uns das Parent-Node-Element zurück und wenn wir keinen Elternteil haben, kommt hier ein Null zurück, also keine Referenz vorhanden. Die können wir auch mal in einer Variable speichern. Wir sagen hier var parentNode ist gleich getParent. Jetzt mit dieser ersten Variable können wir auch eine Aussage bilden für hasParent. Hier können wir sagen, hasParent ist gleich und dann die Aussage dahinter, parentNode ist not null. Denn wenn wir eine Parent-Node haben, die ein Objekt ist und somit keine Null-Reference, dann wissen wir, hasParent muss true sein, denn wir konnten ein Element auslesen. Darunter machen wir das Gleiche für children. Nur es geht ein kleines bisschen anders. Wir sagen var childNode ist gleich getChild und wir haben hier auch getChildren und getChildCount. Wir nehmen mal getChildren hierbei und machen Semikolon dahinter und fügen noch hier hinter childNode ein S an für die Mehrzahl, die childNode. Ihr seht schon, die Info ist, wir kriegen ein Array von Nodes hierbei zurück und dieses Array von Nodes wollen wir nutzen und abfragen. Denn die Aussage ist, hasChildren ist nur dann true, wenn childNode ein Objekt ist, also ist, geschweifte Klammern für Objekt und wir sagen hier count, Doppelpunkt und größer als Null. Kurz zum Lesen und Sprechen. ChildNode ist ein Objekt mit der Eigenschaft count und das hat den Wert größer Null. Oder man fragt eben ab, childNode.count größer als Null. Das wäre genau das Gleiche. Jetzt haben wir also hierbei eine Aussage auch treffen können, ob wir Kinder haben, ja oder nein. Mit diesen beiden Infos wollen wir den Typen herausfinden. Und zwar Step Nummer 3 hier unten, Schritt 3, define type. Was ist Wurzel, was ist Zweig und was ist Blatt? Hierzu müssen wir ganz kurz die Begriffe einmal erklären. Ein Blatt hat nur übergeordnete Nodes, keine untergeordneten. Ein Zweig hat sowohl übergeordnete als auch untergeordnete. Und eine Wurzel hat nur Nodes untergeordnet, aber keine übergeordnet. Das ist die Reihenfolge hierfür. Und mit diesen Infos über- und untergeordnet reden wir über übergeordnet als Parent und untergeordnet Children. Also machen wir doch ein paar Aussagen hierbei. Wir fragen nach. If has parent und has children, dann wissen wir, dass der Type hierbei gleich Nodetype.branch. Ein Zweig. Else if. Wenn wir ein Parent haben, was sind wir dann? Dann wissen wir, Type ist Leaf. Und in allen anderen Fällen, wenn wir Kinder haben oder keine Kinder haben, dann reden wir über den Type eines Root-Objekts. Also eben eine Wurzel-Node. Denn über uns ist niemand und unter uns ist derzeit auch noch niemand. Das ist die Reihenfolge dahinter. Demzufolge können wir also mit diesen drei Varianten hier direkt unseren Code vollständig machen und speichern. Dann gehen wir zurück in die Godot-Engine, machen hier einmal Alt und B. Und jetzt sehen wir auch hier oben unsere neuen Boole-Felder. Nur, jetzt kommt die spannende Sache. Wir wollen ja herausfinden, welchen Node hierbei was ist. Wir fügen hier noch eine weitere Sache hinzu. Und zwar unten drunter wollen wir hier sagen, gd.print. Type wäre nicht schlecht, oder? Wir wollen den Type einfach ausgeben lassen und machen wieder Speichern. Gehen zurück in Godot und machen nochmal hier Alt-B. Jetzt können wir das Ganze in dem Falle ausführen lassen. Und zwar hier oben abbrechen mit F8 und nochmal hier oben auf den Play-Button drücken mit F5 eben. Und schon startet das Ganze. Und jetzt haben wir hier unten die folgenden Infos. D sagt, es ist eine Leaf-Node. Weil D hat unter sich keine weiteren Nodes, nur über sich ist B. Bei E genau das gleiche. Die Node B wiederum sagt, sie ist ein Branch, weil sie A über sich hat und D und E unter sich hat. Die Node F wiederum sagt genauso wie G und H, dass sie Blätter sind hier unten, weil unter ihnen keine weiteren Nodes sind, aber alle wiederum C als Parent über sich haben. Die Node C wiederum sagt, sie ist ein Branch, weil unter ihr sind drei Stück und über ihr ist A. Und dann haben wir noch A. A sagt hierbei, dass A eine Branch-Node ist und keine Root-Node. Und jetzt muss man nachdenken, weil dieser Punkt ist sehr interessant. Man könnte jetzt meinen, hm, wir haben einen Bug in unserem Programm drin, weil über A ist ja anscheinend nichts mehr. Ja, das ist aber falsch. Die Aussage, dass A eine Branch-Node ist, ist vollkommen richtig. Wichtig. Es gibt eine Trennung zwischen der Szene im Editor und eben auch in Packed Scenes im Editor und eurer Applikation, die gestartet wird. Denn wenn wir uns diese Applikation hier mal genauer angucken, dann haben wir genau genommen noch eine übergeordnete Sache. Und zwar, alles was wir machen, wird ja in diesem Fenster hier angezeigt. Kann das Fenster dabei als Parent-Objekt von A dienen? Genau so ist es. Wenn ihr mal im Scene-Tab hier oben schaut, gibt es den Eintrag Local, eben mit den Nodes, wie wir sie im Editor aufbauen, für unsere Packed Scenes und normalen Szenen. Und es gibt hier oben Remote. Remote ist das, was eben aufgebaut wird, wenn unsere Applikation entweder über die Engine startet oder nachher im fertigen Build. Remote heißt nämlich, das Fenster wiederum packt eben die Packed-Scene und unsere Main-Scene eben unter sich. Und dann ist hier A, B, C und alle anderen auch sichtbar. Demzufolge weiß Godot also, A hat ein Parent, nämlich das Root hier oben, A hat als Children B und C. Damit ist A automatisch keine Root-Node mehr, sondern nämlich eine Branch-Node, ein Zweig. Wir sind mitten in dem Baum und nicht am Anfang oben drüber. Diese Root-Node da oben ist eine sogenannte Window-Node. Die hat viele Eigenschaften, die ihr konfigurieren könnt und hier drüben im Inspektor finden wir auch eine gewaltige Liste der Sachen, die hier einstellbar sind. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo diese ganzen Eigenschaften hier der Window-Node herkommen und wie die Werte bestimmt wurden, naja, die Projekteinstellungen sind hierbei schuld. Wir können hier oben draufklicken, Project Settings, gehen unter den Reiter Display-Window und aktivieren hier oben Advanced Settings. Und dann schaut mal hier, Viewport Width und Viewport Height, das sind die beiden, die wir hier rechts sehen. Wir haben die Info, dass das Fenster resizable ist, demzufolge ist es hier unten nicht unresizable. Borderless ist deaktiviert, Always on Top auch, Transparent, Extend to Title, No Focus, die gleichen Haken finden wir auch hier drüben. Die Fenstergrößen wiederum und dessen Eigenschaften, alles kommt genau hierher. Denn das ist der ursprüngliche Punkt eben eurer Root-Node und dessen Werten. Entsprechend können wir also jetzt auch zur Laufzeit natürlich das Fenster manipulieren. Denn wenn wir jetzt hier unten unser Fenster nehmen und das Ganze mal ein bisschen verschieben, seht ihr rechts, dass die Position sich automatisch ändert, nur weil wir die Position des Fensters auf unserem Desktop hier eben verschieben. Und nicht wundern hier bei 2004 Pixel, ich nehme hier auf meinem zweiten Bildschirm auf. Wenn wir jetzt auf den Hauptbildschirm nach links weitergehen, wird die Koordinate immer weiter auf 0 gehen, bis wir oben links die Ecke erreichen. Und wir können auch da nach links noch ein Stück rausschieben. Unten drunter die Size, haben wir gesehen, aus den Project Settings kommt die Größe. Und wenn wir das Fenster resizen, hier seht ihr auch, dass sich die X- und Y-Pixel hierbei anpassen. Das heißt, alle Eigenschaften, die wir zur Laufzeit machen und ändern, egal ob über das Fenster direkt oder in der Engine, werden auf beiden Seiten direkt angepasst und aktualisiert. Wir wissen jetzt also schon mal, dass A kein Root-Objekt ist, sondern A ist auch nur ein Branch, weil das Fenster eben der Applikation noch darüber liegend ist. Jetzt wollen wir uns doch mal dieses Fenster schnappen. Und dazu gehen wir einmal hier unten hin. Und wir machen hier einen Schritt 4, und zwar Retrieve Parent. Wenn wir wissen, dass wir ein Parent haben, also if has Parent das Ganze true ist, dann können wir hier drin auch ein bisschen Logik ausführen. Und zwar wollen wir zum Beispiel prüfen, ob unser Parent vom Typ Window ist. Wir sagen zuallererst, war Parent ist Window und nutzen jetzt ein typisches C-Sharp ist Statement. Wir nehmen die Parent Note, schreiben dahinter ist und einen beliebigen Type, also Klassen- oder Struct- oder Record-Type. In dem Falle Parent Note ist Window. Mit dieser Aussage kriegen wir hier links einen Bool. Ist die Parent Note vom Typ Window, ja oder nein? Und wenn etwas umwandelbar ist, eben jetzt in Window in dem Falle, können wir auch dahinter noch eine weitere Variable angeben, und zwar Parent Window. Das heißt, wenn die Abfrage hier funktioniert und er erkennt, dass es ein Fenster ist, dann wandeln wir das Parent Note Objekt in den Type Window um und speichern das hier in der Parent Window Variable. Das ist Variante 1. Variante 2 wiederum wäre ein C-Sharp-S-Statement. War Parent as Window ist gleich Parent Note as Window. Genau wie es links steht. Einfach ein S-Statement. Das ist ein Cast in dem Falle und wir prüfen halt, ob wir die Parent Note in ein Fenster umwandeln können. Wenn das hier nicht funktioniert, kriegen wir eine Exception. Nehmen wir einen expliziten Cast als Vergleich. Und zwar war Parent Casted to Window ist gleich Parent Note. Wir gehen hier hin und machen einen expliziten Cast mit Window davor. Es gibt auch noch eine vierte Variante hierbei, dank eben der API von Godot. Und wir können hier sagen, war Parent Window 2 ist gleich Get Parent und dann hier mit den spitzen Klammern angeben, Window. Denn so können wir auch eben das Parent getten und versuchen eben nach Window zu casten. Und hier finden wir auch von der Code Completion her eine Exception, nämlich die Invalid Cast Exception. The Fetched Note can't be casted to the given Type T. Also wenn das Casten nicht funktioniert, dann wird es hier knallen mit einer Exception, ansonsten kriegen wir den Type hier rein. Ein weiterer fünfter Weg, das zu lösen, wäre zu sagen, war Parent Window 3 ist gleich Get Parent or Null mit Window. Wo ist der Unterschied? Das hier unten, das Get Parent oder Null, hat wiederum keine Exception, denn es returned die Parent Note in dem gesuchten Typen oder Null, wenn das Node nicht gecastet werden kann oder auch, wenn das Ganze kein Parent Element hat. Insofern haben wir also jetzt hier fünf Varianten, die wir gesehen haben, für eben nur ein Parent Objekt zu bekommen. Bei den meisten werdet ihr wahrscheinlich hier oben das Is Statement nehmen oder Get Parent or Null. Das sind die zwei, die empfohlen werden, auch von mir an der Stelle hier. Die anderen hier würde ich außen vor lassen. Umgekehrt, bei Children ist das genauso und zwar fünftens Retrieve Child oder Children. Wenn wir wissen, if has children, was können wir denn machen? Wir wissen ja, dass wir einen gewissen Child Count haben. Wir sagen mal hier, varChildCount ist nichts anderes wie getChildCount. Den können wir über diese Methode uns holen. Oder alternativ auch können wir sagen, varChildCount2 ist gleich ChildNodes und dann PunktCount. Damit bekommen wir ebenfalls heraus, wie viele wir haben. Und mit dieser Info kann man einiges anfangen, denn jetzt könnten wir mit einer Vorschleife arbeiten oder mit einer ForEach-Schleife von 0 bis Count minus 1. Wir sagen hier for und dann Integer i gleich 0. i kleiner als ChildCount, i++. Und dann machen wir mal hier varChildNode ist gleich getChild. Das ist diese Variante hier mit dem Index i. Wenn wir zum Beispiel drei Children haben, haben wir Index 0, Index 1 und Index 2. Und das hier ist wieder eine allgemeine Node. Und wie schon gerade eben gesehen, können wir hier oben abfragen, ist diese ChildNode ein Window? Ist diese ChildNode ein bestimmter Type? Können wir hier irgendwas draus machen? Das würde da funktionieren. Wir können aber auch hier sagen, varChildNodeAsSceneTreeNode ist gleich getChild. Und dann hier drin einfach nur das gleiche wieder nehmen, nämlich eine SceneTreeNode. Das wäre das. Und dahinter auch wieder den Index in den runden Klammern, nämlich mit i. Diese zweite Aussage hier unten wäre übrigens genau das gleiche, wie wenn ihr es sagen würdet oben drüber. ChildNodeAsSceneTreeNode2 ist gleich ChildNodes mit Mehrzahl S hinten dran, am Index in ergegen Klammern i asSceneTreeNode. Das wäre genau das gleiche. Insofern gibt es immer einen C-Sharp-Weg und einen Godot-Weg, den ihr nutzen könnt. Beide führen ans gleiche Ziel und so könnt ihr euch eben hier stückweise die einzelnen Nodes eben rausholen und auch hier mitarbeiten. Jetzt kommt noch was Spannendes für euch. VarAllChildsOfType ist gleich. Wir nehmen getChildren oder eben unser ArrayChildNode, getChildren und dann PunktOfType, was hier mit dem NamespaceSystemLink vorgeschlagen wird. Das können wir nutzen und dann können wir hier einen Typen angeben. SceneTreeNode und dahinter Semikolon. Dann hätten wir ein iEnumerable oder machen PunktToArray. Dann hätten wir hier ein Array von SceneTreeNode. Was hier gemacht wird ist, nehme alle Children, prüfe, ob sie den Type SceneTreeNode haben. Wenn ja, gebe sie zurück, ansonsten nicht und alle zurückgegebenen Werte werden in ein Array gepackt. Insofern wisst ihr also schon mal, diese Möglichkeiten hier mit Children zu arbeiten und mit Parents sind schon mal sehr verschieden. Es gibt noch einen weiteren Weg, den ihr nutzen könnt, wenn ihr was Bestimmtes sucht und das ist die GetNode-Methode. GetNode in dem Falle nimmt einen Notepath. Hier könnt ihr entweder absolute Pfade nehmen, also genau wie im Dateisystem eben, zum Beispiel eben C-Doppelpunkt-Slash-Ordner-Dateiname oder ihr könnt sagen, von mir aus gesehen, eins nach oben, dann die nächste nach unten und so weiter. Also ihr könnt quasi Ketten ablaufen. Nur ich nehme die persönlich sehr ungern. Oder eben GetNode and Resource, könnt ihr euch eben die entsprechenden Ressourcen und deren Eigenschaften eben aus Notes heraus fischen. Trotzdem, die Varianten oben drüber sollten euch schon bestenfalls genug dienen, weil ihr könnt hier immer eine Ebene nach oben oder eine Ebene nach unten gehen. Jetzt habt ihr also schon gesehen, es gibt verschiedene Wege für Parent und Child. Jetzt brauchen wir aber noch eine weitere Sache und das ist das dynamische Hinzufügen und Löschen von Notes. Diesen Code können wir erstmal so speichern und dann in Godot mit Alt-B neu laden. Dann kommt der Code auch hier rein und wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt mit Play den ausführen. Kommt da ein Fehler? Nein. Und so würden wir also jetzt in dem Fall auf allen Notes A, B bis H das Ganze eben ausführen und eben die Parent und Childs ausgeben lassen. Wir können das auch in der Konsole hinzufügen, indem wir hier sagen GetChildCount, machen wir mal hier die Ausgabe gd.print und dann einen Template-String mit Dollarzeichen, Anführungszeichen und wir sagen hier Children, Doppelpunkt, ChildCount, die Variable angeben und zwar innerhalb der geschweiften Klammern hier, innerhalb der Anführungszeichen. Das können wir jetzt wiederum kopieren und mal hier unten einfügen und zwar unter ChildNode, das hat er 61 bei mir, Steuerung V. Und hier machen wir jetzt mal ChildNode.Name. Wir geben uns mal aus, welche Kinder wir haben. Child, das wäre das hier und wir können das auch wieder speichern. Umgekehrt, obendrüber, wenn wir if hasParent haben, wollen wir hier hingehen und sagen gd.print und dann hier parentNode.Name. Geben wir mal aus, wer mein Parent ist. Und so haben wir jetzt also Ausgaben für die Konsole, die wir speichern können. In Godot nochmal neu bilden mit Alt B und dann hier oben beenden und neu starten können. Und jetzt siehe die Konsole. Wir fangen mal oben an. D ist ein Platt und D sagt aus, dass es als Parent die Node B hat. Also diese beiden hier wissen, wer wie zusammenhängt. Dann haben wir wiederum E ist auch ein Platt und sagt E hat als Parent B. Wir wissen, dass B wiederum eine BranchNode ist und als Parent wiederum A hat und zwei Children, nämlich D und E, unter sich hat. Bei F genau das gleiche, genauso wie G und H. F, G und H sind eine LeaveNode und haben als Parent das C. Und dann kommt noch eben C, hat als Parent A und unterhalb von C finden wir F, G und H. Dann das Spannende, wir haben A. A hier oben ist eine BranchNode, hat als Parent das Root, was wir vorhin kennengelernt haben und hat zwei Children, nämlich B und C. So können wir also jetzt mit simplen Infos eben Hierarchien aufarbeiten und uns eben auslesen lassen. Und das alles nur mit der Unterstrich-Ready-Methode. Jetzt kommt der letzte Schritt für heute und zwar das Lernen von wie spawnt man Nodes in die Szene und wie löscht man sie auch wieder. Beginnen wir erstmal mit der dynamischen Erzeugung von Nodes. Diese dynamische Erzeugung machen wir hierbei im C-Sharp-Code hier direkt und zwar will ich, dass jede Node, die wir derzeit haben, noch unter sich ein neues Objekt einfügt und zwar bevor wir die Parent und Child Informationen uns holen. Unterhalb von dem gd.print des Types das wir einfach nur mal hier eine var newNode gleich newNode haben. Und das ist schon die erste wichtige Änderung zu Unity. In Unity war es nicht empfohlen, dass ihr mit New Components anlegt, mit New nicht empfohlen, dass ihr GameObjects baut, keine Scriptable Objects, nichts, das musste alles im Editor gemacht werden und hier haben wir natives C-Sharp. Alle Types von Godot könnt ihr wie ihr wollt mit New erzeugen und dann eben als Objekt in eurem Code und eben in eurem Arbeitsspeicher haben. Und jetzt der Knüller oben drauf. Jede Node kann auch hierbei den Initializer nutzen durch die geschweiften Klammern dahinter. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, da gibt es eine Reihe an Vorschlägen. Wir machen mal die Glühbirne hierbei und sagen Initialize Members. Dann seht ihr mal, was ihr hier eintragen könnt. Wir haben den Process Mode, die Priority, alles was eben mit Single oder Multithreading zu tun hat. Wir haben eine kleine Editor-Beschreibung hier unten und hier oben ganz simpel eben den Namen. Wir werden mal alles andere hierbei ignorieren. Also den Import Path hier unten die Sachen alles komplett weg und wir geben dem nur einen Namen und zwar hier einen Template String Dollar Zeichen davor und in den Anführungszeichen machen wir eine geschweifte Klammer. Da machen wir jetzt mal Name rein und dahinter Unterstrich Clone. Also egal welchen Namen wir haben wo wir gerade den Code drauf ausführen zum Beispiel A wir erzeugen eine neue Node mit dem Namen A Unterstrich Clone in dem Falle hinter die geschweifte Klammer ein Semikolon um die Aussage zu beenden und jetzt müssen wir diese Node noch in die Szene einfügen. Das machen wir indem wir hier sagen auf uns also im Grunde auf this add child also wir wollen eine Node unter uns einfügen und wir nehmen hierbei die new Node damit haben wir schon die add child Methode fertig ihr könnt übrigens auch hier sagen ich brauche keine normale Node ich kann mir auch hier eine new scene tree node machen eben mit genau der Logik von hier und ich füge die auch mit unten drunter an nur wenn ihr eben bestimmte types nehmt macht entsprechend schlaue variabeln namen new new scene tree node wird hier vorgeschlagen dann sollten wir auch das hierfür nehmen und wenn jetzt unsere scene tree node eben mit dem namen gesetzt wird und wir sie in den baum einhängt haben wir ja vorhin gelernt dass wenn die note die szene betritt naja das ready hier aufgerufen wird und jetzt kommt die problematik hierbei eine node a erzeugt eine node a clone ruft ready auf durch den aufruf von ready auf a clone kriegen wir eine a clone clone dann ruft a clone clone wieder ready auf und wir kriegen eine kenne clone 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 und so weiter und so kriegen wir eine kette deswegen machen wir und unsere app würde wahrscheinlich abstürzen irgendwann weil der speicher voll läuft deswegen ganz simpel einfach eine ganz normale note nehmen oder eben das nicht unbedingt im ready ausführen das ist glaube ich am sinnvollsten und damit fügen wir wie gesagt eine note unter uns ein wir können ja mal hier das ganze speichern gehen mal in godot machen alt b und wählen hier oben play aus durch das drücken exceptions denn wir haben errors und zwar system invalid cast exception unable to cast of object godot node to scene tree node zeite 72 der fehler liegt hier oben weil wir hier hätten sagen sollen get child or null eben ohne exception und dadurch haben wir eben den sicheren cast eben auf null reference wenn es nicht vorhanden ist speichern zurück gehen hierbei alt b drücken hier unten clearen und da oben einmal neu starten wir kriegen die exception erneut in welcher zeile diesmal und zwar in der zeile 73 das r statement hierbei ist also genauso gefährlich ok dann machen wir das auch nochmal weg speichern nochmal hier machen wieder alt b clearen das ganze und restarten mal eben die logik und jetzt sind alle exceptions weg der code läuft wieder und wir gehen mal in die remote scene b clone c hat wiederum hier c clone und unter h g f d und e finden wir jeweils auch einen clone und zwar eine ganz normale note übrigens für diesen path zu nutzen bei get note finden wir hier auch zur laufzeit auf der rechten seite hier oben slash root slash a slash c slash c clone also wenn ihr unbedingt die strings braucht ihr könnt sie euch zur laufzeit einfach auslesen lassen jetzt wo wir wissen wie wir notes hinzufügen sollten wir uns auch anschauen wie wir notes löschen eine referenz auf diese neue note ist in jedem falle sehr sinnvoll denn auf dieser referenz müssen wir etwas aufrufen um es zu removen zu erst können wir hier mal sagen this . remove child unsere new note entferne die unter uns wieder danach wenn die entfernt wurde müssen wir auf new note die methode q free aufrufen mit q free sagen wir gebt diese note frei sodass sie gelöscht werden kann und am ende des aktuellen frames wird eben das ganze gelöscht und eben frei gemacht vom speicher her und somit wird diese note dann eben auf dem baum wieder verschwinden wir können das ganze speichern hier wieder zurück gehen alt b drücken und hier sind unsere neuen note direkt wieder weg wir haben sie erstellt und direkt wieder gelöscht so einfach geht das ganze jetzt noch zum schluss die letzte frage und zwar pack scenes wie können wir eine pack scene eigentlich instanzieren bei unserer note die das ganze machen soll eine referenz auf eine pack scene hier unten hin können wir sagen export public pack scene und eben hier unsere pack scene nutzen das können wir speichern jetzt gehen wir ein stück hier runter und fügen mal hier unten folgende logik hinzu wenn also mit dem if die pack scene ist not null ist also wir eine pack scene haben dann wollen wir die instanzieren und wenn ihr auf eine pack scene rechts klickt kriegt ihr die möglichkeit instantiate auszuwählen wir machen hier in dem fall nichts anderes als war instance of packed scene ist gleich packed scene punkt instantiate und ihr seht hier rechts es gibt verschiedene möglichkeiten instantiate selber wir haben instantiate mit einem type angeben können oder instantiate oder null und wir nehmen mal hier oben nur das normale instantiate ohne jetzt einen bestimmten type zu holen dann brauchen wir hier einfach die aussage this . add child instance of packed scene speichern gehen mal zurück hierhin machen alt b jetzt können wir unsere a note hier oben schauen und die game scene tscn da hinein ziehen wir exception bevor das ganze los geht und zwar gab es da unten eine kleine aussage da wir eine self referencing loop haben wir spawnen die szene die szene spawnt sich selbst die szene spawnt sich nochmal und so weiter nehmen wir irgendeine andere node wiederum meinetwegen hier other node auswählen create wir machen hier STRG S für speichern nehmen hier mal unter dem ordner pack scenes hier game scene zurück machen hier reload und alt b nochmal sicherheitshalber und ziehen jetzt unsere packed scene hierbei in die packed scene da oben das können wir speichern und wir machen play ihr seht es taucht kein fehler mehr auf und in der remote scene haben wir jetzt unter a hier unsere node die auch eine packed scene ist und jetzt noch eine allerletzte info diese ganze folge bis die scene baum mit parent und child nodes und auch einem root element oben drüber wo wir notes anhängen können löschen können das finden wir noch unter einer letzten methode und zwar in rider können wir hingehen und hier unten drunter den sechsten punkt machen sechstens scene tree information es gibt eine methode namens get tree was die macht returnt den szenen baum in dem diese note enthalten links war scene tree ist gleich get tree und auf diesem scene tree haben wir jetzt mit punkt wieder verschiedene möglichkeiten zum einen finden wir hier oben die eigenschaft root und das ist eben das fenster der anwendung dann haben wir unten drunter die current scene und zwar die aktuell geladene scene wir können hier mal das wort scene hinschreiben und ihr seht hier haben wir noch verschiedene Sachen die current scene wir können die aktuelle scene nochmal neu laden wir haben nochmal das unloaden dessen wir können die scene auf eine datei ändern oder auf eine packed scene eben ändern deswegen hier finden wir die möglichkeit zum szenen wechsel und genau das ist die möglichkeit mit der ihr experimentieren könnt das war die heutige folge über scene trees nodes parent und child sowie weitere Informationen die wir in diesem baum machen können ich hoffe ihr habt was gelernt wenn ja lasst einen daumen nach oben da und abonniert in jedem fall den kanal um keine weiteren folgen zu verpassen wenn ihr ansonsten fragen habt feedback anregungen zur folge oder auch wünsche dann schreibt sie gerne in die kommentare unter dieses video ich